Der brave Hausmeister muss am Blinddarm operiert werden. Der Professor, der die Operation durchführen soll, ist ein Anhänger modernster Heilmethoden. Er bemüht sich, den Patienten vor der Operation von allen Ängsten zu befreien und zu beruhigen, nur ja keine Angst, mein Lieber. Wir werden ganz schnell wieder gesund sein. Binnen weniger Stunden nach der Operation werden wir die Beine lustig aus dem Bette baumeln lassen. Am Nachmittag Stehen wir für ein halbes Stündchen auf und am Abend versuchen wir, schnurstracks bis zum Sessel am Fenster zu gehen. Der Hausmeister hat mit wachsendem Erstaunen zugehört und fragt dann zaghaft und schüchtern, aber Sie werden doch gewiss nichts dagegen haben, Herr Professor, dass ich während der Operation lege? Oma sitzt im Wartezimmer des berühmten Arztes. Da kommt die Sprechstundenhilfe und erklärt, heute hält der Herr Professor keine Sprechstunde. Oma blickt freundlich, bleibt. Aber sitzen. Die Sprechstundenhilfe erhöht ihre Lautstärke, und zum Schluss schreit sie so, dass die Fensterscheiben klären, aber die schwerhörige Oma bleibt trotzdem freundlich lächelnd weiter sitzen. Da schreibt die Sprechstundenhilfe schließlich auf einen Zettel, heute keine Sprechstunde, und hält diesen der Oma vor die Augen. Oma nickt verlegen, ach, Schwester, bitteschön, lesen Sie es mir dich vor. Ich habe meine Brille vergessen. Ein Mann ruft beim Arzt an, Doktor, meine Frau hat eine lebende Maus geschluckt, was sollen wir tun? Ich komme sofort. In der Zwischenzeit soll ihre Frau den Mund weit offen lassen und sie halten ihr ein Stück Käse davor. Als der Arzt ankommt, sieht er die Frau mit offenem Mund und den Mann, der eine Sardine davor hält. Was soll das? Ich sagte doch ein Stück Käse, nicht eine Sardine. Ich habe das schon recht verstanden, aber jetzt versuchen wir die Katze wieder rauszulocken. Frau Huber wird wieder einmal in die Entbindungsstation eingeliefert. Sie kennt sich aus und fühlt sich wie zu Hause. Schließlich ist es ihr neuntes Kind, das sie in acht Ehejahren zur Welt bringt. Immer ist alles glatt verlaufen, doch heute muss sie ein bisschen genäht werden. Das werden wir ganz fein machen, verspricht dir der Arzt. Sie waren so tapfer, da muss ich direkt mit Golddraht nähen. Ach, Herr Doktor, flüstert Frau Huber schwach, nehmen Sie doch lieber Stacheldraht. Wenn dir diese Videos gefallen haben, würde ich mich über ein Like freuen und bitte diesen YouTube-Kanal abonnieren.